Musik 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 Die Spannung auf den Moment, wenn es losgeht. Wenn wir uns in eine Salle von concerten werden, dann wird es etwas passieren. Wir werden etwas passieren. Wir werden etwas passieren. Wir werden uns bemerken. Das ist das, wenn wir in eine Salle von concerten gehen. Das ist die Emotion. Es ist die Orchester, die die instruments ajustieren. Wir hören uns ein ... Das ist super. Ich würde einen fantastischen Stereo anlernen, aber es geht nicht über die Live. Dazu hat ihnen gefehlt, ganz viel gefehlt. Selbst wenn ihnen ein Stück vielleicht schon in keiner hören hört, sind alle Leute, sind alle Musiker, sind alle Ambienzen und dafür ist es einfach immer überraschend, spannend, selbst läuft sie zu sehen. Untertitelung des ZDF, 2020